es geht weiter mit einem nes let's play vorhin war gerade dran 1942 jetzt kommt 1943 der nachfolger mal schauen was da geändert wurde ich spiele es direkt im anschluss um einen vergleich zu haben ich sehe schon mal hier gibt es ein passwortsystem dass ich möchte das passwortsystem sind genau hier gibt es ein passwortsystem und und one player schreibt steht wahrscheinlich da wenn kein zweiter spieler angesteckt ist ich habe keine ahnung ich werde jetzt nicht rausfinden ich mag 1943 zocken also schauen wir mal was da abgeht aha ok ich kann jetzt einstellen das ist neu das gibt gasten vor den geteilen nicht da konnte ich genau ich habe drei punkte zu vergeben offensiv defensiv einstiegslevel sozialwaffe zeitlimit ich mag mal offensiv hier mehr haben ich habe doch punkt zu vergeben oder nicht aha mit b sage ich ich will mehr nicht gerade intuitiv leute sorry aber wie auch immer bezahlbar war nicht energie level klingt auch wichtig und die fans nein ich möchte nicht wenn sich mich lieber gescheit schießen kann und bestätige ich jetzt mit jetzt bestätigt bestätigt mit bb msg bin ich kein freund davon okay die coole flug animation aus dem ersten teil h und das flugzeug neigt sich jetzt rechts und links und da spielt sich ja viel schneller und flüssiger ist der alte teil das spielt sich wirklich viel flüssiger und der sound ist auch besser okay die power ups heißt immer noch steht sind immer nur noch ein schriftzug nah die steuerung ist wirklich viel besser alles richtig gemacht wird der fortsetzung sage ich mal eigentlich die schwarzen gar nicht zu stören abattens meshing ist wieder angesagt ich habe mir sein leben anscheinend sonst wäre ich schon tot ah nicht schuss kann man aufladen mit lange betreten auch mal aus dass man man es was der a knopf macht okay a knopf ist wohl die spezialwaffe aber warum also sein wenn man den dauer schuss nicht einfach machen kann dann ich nicht da warten es menschen muss ja ja ich weiß schon das gehört zum akali feeling dazu aber auch ich persönlich jetzt nicht unbedingt ich will jetzt mal alles auf die offensivwaffe was könnte schon schlimmstenfalls passieren flugzeugträgerkarten werden besser gefallen die jahreszahl gibt anscheinend die schlacht an das spiel heißt auch der battle auf mit ich möchte jetzt kein geschichtskurs kurs halten wenn euch das interessiert warum es geschlacht das hier geht lese doch bitte wikipedia nach das ist aber ein ganz anderer schuss ganz anderer schuss ist halt nicht so realistisch aber den anspruch scheint es nicht auch der teil braucht wirklich viel konzentration es ist total crazy wie unterschiedlich die starren ersten und zweiten teils also von schneller und flüssiger ja dann merkt man der erste teil der karte umsetzung wohl von einem relativ alten automaten war alles andere als schlüssig also das sind schiefe da kann ich einfach drüber fliegen oder oder nicht ja ich dachte ich kann über flüssig schiefe drüber fliegen naja jetzt gibt es auch schiefe die man abschießen kann ja also da hat sich seit dem ersten teil wohl einiges gibt es dann das ist keine billige neu auflage da haben sich die entwickler hingesetzt und haben echt alles neu angemacht da wurde sicherlich überlegt was kann man besser machen was kann man noch raus wollen und und wirklich gut umgesetzt also weil wir ein erst geben richtig richtig fahren ok ich muss sagen jetzt wo ich den zweiten teil gespielt hat hätte ich echt null lust den ersten zu spielen da da eine runde geht noch da die ja los geht's ja jetzt wenn sich vielleicht die keiner denken wieso setzt denn alles auf die offensivwaffe meine idee ist ich zerstöre die gegner schnell und dadurch können sie mich auch nicht abschließen ja vielleicht bei diesem spiel nicht die richtige strategie aber ich bin mit der strategie bei anderen spüren schon oft ganz gut gefahren mal schauen wie stark anders ist einmal kann die schwarzen doch komplett zerstören ok ich dachte die kann man nicht zerstören noch mehr button smashen ok nach dem ersten und zweiten teil jetzt hintereinander zocken das ist circa ja gute halbe stunde b button hauen ohne ende jetzt fix der daumen wird und ich bin sowas nicht mehr gewohnt kann ich noch erinnern früher am super nintendo hatte ich durchaus mal blasen an den fingern aber als zocker kennt ihr das ja sicher als kind hatte man noch mehr zeit zum zocken da brauchte man keine ausrede in let's play als ausrede zum zocken und hat gezockt ohne ende also bis die eltern gesagt haben hey jungen legt das bett mal weg und da gab es dann schon situationen wo es vielleicht ein bisschen zu viel war sprich blasen an den fingern ist vielleicht nicht das beste zeichen aber ich hab's überlebt was soll ich euch sagen ich hab's überlebt und ihr offensichtlich auch also leute wenn ihr mal blasen an den fingern hat hattet vom zocken dann haut das bitte mal in die kommentare rein ich möchte nicht der einzige sein schreibt mir ich auch ich hatte das auch es ist es ist auch ich ich habe es ich jetzt ist viel gebracht hätte er kommt von oben oder okay hätte gedacht dass ich den jetzt ganz kühlen muss das hat sich mit der zeit die man zur verfügung hat auf sich game over gut ich belasse es dabei das waren jetzt zehn minuten lang und 1943 ist ein cool spiel zieht euch dran auf jeden also hat mir persönlich besser gefallen als der erste wenn es euch auch so geht haut mal was in die kommentare wird mich interessieren insbesondere wenn man es im vergleich direkt nachher mit dem ersten spielt gut hat mich gefreut dass ihr eingeschalten habt bis zum nächsten mal es kommen noch jede menge andere nes games dran sind unten verlinkt und wenn ihr immer wieder mal mehr sehen wollten mehr nes geben wollt abonniert auch mal ciao